ja da bin ich wieder ich habe mich jetzt wieder zu dem punkt gekämpft bei dem ich das letzte mal mich selbst weg gelöscht habe ich habe aus versehen hier den speicherstand mit der qual der wahl gelöscht und jetzt geht es hier weiter scheinbar okay das geht nicht ich habe jetzt neue kampftechniken kennen gelernt und zwar habe ich bei c habe ich hier auf steuerung gelebt ja das zeige ich euch einfach mal shift ist laut da kann ich ja moves machen wenn ich nicht sterbe wenn ich rechts gedruckt halte und links drücke mache ich so eine coole attacke ja wenn ich die hocke gehe und nach vorne schlage mache ich so was hier und doch schon mal dahinten sieht der cool aus und ich kann so eine rolle besser machen ja das war ja auf einmal geil ok was jetzt bin ich der meister nein nein so ich speichere mal ein paar spielstände habe ich gelöscht einfach um einen platz zu machen für weitere spielstände aber hey das geht schon wo glaube ich ach schon mal wer da ist ein Predigt io ich weiß es schon ここ ich schraubf jetzt geht's doch Was ist das für ein Loch? Ein Loch, wo ich überall rein muss? Oder so? Keine Ahnung. Ah! Lauf nicht weg! Lass dich von der Haare zurückströmmen. Ich dürabeth euch in den Raum leeren. Ah nicht. Nein! Auf der hohen Teile. voll das speichere ich nochmal sehr gut alles klar mit dem Gitaro wie gut ich darf was ist das für ein Loch ist das einfach ein Loch das ist einfach das ist einfach ein äh was geht denn jetzt ab ok ich nehme mal an da runter soll ich nicht ne was geht denn da ab hallo ähm haben sich ein masochist und ein sadist getroffen oder was komm ich da hoch ähm gibt doch nicht manche ok da geht es nicht hoch ne ne aber wer verrät denn hier die ganze Zeit ne wie komme ich da rüber ich hier rüberspringen oder was man das ist nicht eindeutig genug vielleicht hier ah ah ok alles klar schätze ich oder nein ok 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 er ist endlich gestorben na endlich ok er ist nicht gestorben ich bin gestorben aber ich komme nicht weiter es geht nicht es geht nicht es geht nicht klar hoch wie das ist so steil ok was ist das hier wohin des Weges ich habe keine ahnung ach ich habe ein versteck gefunden ich habe ein versteck gefunden das wollte ich nicht äh wir werden nicht oooohh komm ich hier weiter oooohh muss ich ja mit dem easyblick was machen äh hast du Angst vor mir nein nein nicht sich über die auf die Dinger auf die Zylinder da hoch ha kommst du nicht ob ich auf die Zylinder da hoch muss ob ich da hoch ne gerade ein bissel so nein man alter mh stopp ja du kannst mich nicht stoppen hast du nicht eigentlich ja Reflexe wie ein Lama keine ahnung sie sind uns singen wohin des Weges ja lass dich von der Macht durchströmen mhm was hast du denn durch ja ich dachte lauf nicht weg ja ne ich komme zu dir im Gegenteil sie sind umzingend nein 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 hast du Angst vor mir äh äh Scheiben die Macht ist mein Verbündeter mhm mhm schön schön sie sind umzingelt nein mhm lass dich von der Macht durchströmen die Macht ist mein Verbündeter du ist halt ah man die Macht ist mir so als man egal obwohl ich ich brauche die gerade lass dich von der Macht durchströmen halt der erschieß dich gleich ne irgendwie wenn du kein Lichtschert hättest man komm wieder ja ja komm ja ja okay okay ich werde dich besiegen los nein 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 ah schau mal schau mal lass dich von der Macht durchströmen leck mich am Lichtscher die Macht ist mein Verbündeter mhm 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 ja schön ich keine Wirkung ich lauf nicht weg im Gegenteil ja oh gildmeister Mann was geht denn da ab voll die Orgel so kann ich da rüberspringen ich werde dich besiegen ich werde dich besiegen fliehen ist zähnlos ich glaube nicht sie sind unzingelt ach ne ich werde dich besiegen fliehen ist zähnlos nein doch jetzt springt da nicht ich aha ich werde dich besiegen jetzt kann ich dich einfach da hoch lass dich von der Macht durchströmen hallo also was geht da ab Mann oh tut mir leid dass hier euch das jetzt anhören muss äh anhören muss ach wir haben ein kleines Audio Problem aha ja lass dich von der Macht durchströmen wie ja Mann komm ich da hoch etwa was oh nein Macht ist mein Verbündeter wohin muss ich lass dich von der Macht durchströmen guckst w w w